Moin Moin, hier bei den Leselutas und einem Sammelobjekte-Guide für The Last of Us Part 2. Kapitel Die Flucht. Eine Münze und eine Werkbank. Bevor ihr unter diesen Lastwagen hindurchkriecht, geht mal bitte ans Ende von dem Areal, denn neben dem Einkaufswagen hat jemand eine Münze verloren. Das ist unsere erste und sie ist aus Arkansas. So, nachdem ihr durch das Fenster gekochen seid, starrt euch die Werkbank quasi an. Und damit habt ihr dann alles gefunden, was es hier gab in diesem etwas tragischeren Kapitel und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.